Herr Dr. Trost, Sie kommen vom Wissenschaftsladen und haben heute hier auf der Veranstaltung der Grünen einen sehr interessanten Vortrag gehalten über die Wirkungen der Strommasten, die demnächst von Wesel bis nach Koblenz verstärkt werden sollen. Können Sie mir einen Grund dafür nennen, warum diese Strommasten zukünftig verstärkt werden sollen? Der offizielle Grund ist, dass die Masten verstärkt werden müssen, weil mehr Ökostrom, vor allem Windstrom, von der Nordsee her nach Süden geleitet werden muss. Da aber auch alte Leitungen, die am Ende ihrer Lebensdauer angelangt sind, wegfallen, ist eine weitere Motivation für den Leitungsbauer Amprion auch einfach eine Modernisierung der Leitungen. Also es gibt verschiedene Gründe, die dafür sprechen, das zu machen. Dass es einen offiziellen Grund gibt und einen weiteren, der dahinter steht. Also es ist für den Leitungsbetreiber auch notwendig, die Leitung zu modernisieren. Die 220-Kilowatt-Leitung, um die es da geht und die 110-Kilowatt-Leitung sind sehr alte Leitungen, die in absehbarer Zeit auch saniert werden müssten. Und da braucht man lieber gleich neu. Die neue Leitung hat gar nicht so viel größere Leistungsfähigkeit wie die alte Leitung, die beiden alten Leitungen zusammen, sodass also auch die Modernisierung ein wichtiger Grund ist für den Neubau. Was ich sehr interessant fand, war, dass man doch sehr unterscheiden muss zwischen den Wirkungen des Stroms. Also es wurde das Beispiel gebracht mit dem Handy, dass man das nicht unbedingt vergleichen kann. Die Wirkungen, die also von dem Handy ausgehen und von einem solchen verstärkten Strom. Sie haben auch dargestellt, dass die Wissenschaft nicht genaue Untersuchungen hat über gesundheitliche Auswirkungen. Aber es gibt doch Hinweise, dass es solche Auswirkungen gibt. Wie würden Sie das beurteilen? Die Hinweise, dass es solche Auswirkungen gesundheitlicher Art gibt, sind äußerst zahlreich. Das Problem dabei ist nur, dass die Wirkungen, die man bisher kennt, als wissenschaftlich nicht ausreichend nachgewiesen gelten, weil nämlich die Wirkungsmechanismen im Allgemeinen unbekannt sind. Und die Kenntnis des genauen Wirkungsmechanismus gehört immer zu einem Nachweis, einem wissenschaftlichen Nachweis dazu. Allerdings sind die Hinweise, die wir heute haben, so zahlreich, dass man sich auf gar keinen Fall mehr auf die Grenzwerte verlassen darf. Und vor allem Planer im kommunalen Bereich sollten auch darauf achten, dass sie Richtwerte beachten bei ihren Planungen, die sich an gesundheitlichen Effekten orientieren, die heute noch nicht als nachgewiesen gelten, für die es aber so viele Studien gibt, dass man sie unbedingt beachten muss. Und welche negativen Auswirkungen würden Sie denn beschreiben, die mit diesen neuen Strommasten zusammenhängen? Und wie kann man das möglicherweise verhindern? Also wenn die neuen Strommasten in der Form gebaut werden, wie sie geplant sind, also als Standardmasten, dann werden sich die Feldbelastungen für die Anwohner der Leitungen verstärken. Und man könnte das gegebenenfalls verhindern, eine Möglichkeit vielleicht die Kabel in die Erde zu verlegen? Ja, eine Erdverkabelung wäre natürlich das Optimum, das man erreichen könnte. Man sieht die Leitung nicht mehr, man hat also den maximalen Landschaftsschutz auch. Und Erdkabel haben auch den Vorteil, dass die Feldabstrahlung viel geringer ist als bei Freileitungen, sodass auch die Feldbelastung der Anwohner wesentlich abnehmen würde, gegenüber dem jetzigen Zustand oder gegenüber dem Zustand mit neuen Freileitungen. Leider sind Erdkabel ganz außerordentlich teuer, vor allem weil es hier um 380 Kilowolt Hochspannungsebene geht. Und das ist deswegen wohl nicht durchsetzbar, weil die Kosten einfach zu hoch sind und man keinen wirklichen Druck auf den Leitungsbetreiber ausüben kann. Ja, gibt es denn überhaupt keine Möglichkeit, etwas zu ändern? Also, dass man im Grunde genommen das so hinnehmen muss, wie es jetzt geplant ist und vorgestellt wird von Amprion? Also rein juristisch gibt es wohl keine Hebel, weil ja die gesetzlichen Grenzwerte eingehalten werden. Und solange die eingehalten werden, muss weiter nichts beachtet werden beim Bau. Man könnte aber durch genügend öffentlichen Druck wohl erreichen, dass Amprion mehr macht als unbedingt notwendig. Da wäre zum Beispiel als emissionssenkende Maßnahme die Verwendung von Kompaktmasten. Die sind wesentlich kleiner als die bisher geplanten Masten. Sie sind auch schmaler, sodass einerseits der Landschaftsschutz verbessert wäre, andererseits auch die Feldbelastung kleiner wird, denn diese Kompaktmasten haben auch eine schwächere Feldabstrahlung. Ja, Dankeschön. Ja, Dankeschön.